Der Kerl hat meiner Tochter Gewalt angetan und kommt ungestraft davon. Und jeder hier tut so, als ob nie etwas gewesen wäre. Allen voran Marlene. Ihr Verdrängungsmechanismus ist reiner Selbstschutz. Damit sie sich nicht mit den Konsequenzen der Vergewaltigung auseinandersetzen muss. Ach, das ist ja eine super Taktik. Kannst du mir verraten, wie lange das dauern soll? Das müssen wir abwarten. Ich weiß es nicht. Meine Tochter wandelt hier wie ein Gespenst. Hat Angst vor ihrem eigenen Schatten. Sie hat jede Achtung vor sich selbst verloren. Und wenn sie so weitermacht, da wird sie immer das Opfer bleiben. Also hörst du jetzt mal auf, sie bei diesem Wahnsinn zu unterstützen? Aber sie muss von sich aus Hilfe und Unterstützung wollen, Thomas. Es nützt nichts, ihr das aufzudrängen. Ach, und woher weißt du das? Weil du die Weisheit in Löffeln gefressen hast? Mhm. Weil ich mich bei einer Beratungsstelle informiert habe, was jetzt das Beste für mein Kind ist. Im Gegensatz zu dir. Hör doch auf mit diesen Psycho-Gequatsche. Das sind alles lahme Ausreden. Nur damit man die Hände schön weiterhin in den Schoß legen kann. Ich hab die Schnauze sowas von voll. Mann. Oh, mein Schatz, hallo. Hey. Habt ihr Stress? Nee. Möchtest du einen Kaffee? Danke, hilf mir. Thomas hat sich nur darüber aufgeregt, dass Ansgar der Forstwirtschaft die Gelder kürzen will. Das alte Spiel. Tja, gar nicht so einfach, wenn einem alle anderen sagen, was man tun und lassen soll, was? Ja. Manchmal hat man eben einfach keine anderen Möglichkeiten. Und, hast du heute noch was vor? Ja, Tristan will die Songs aus der Music Club CD aufnehmen und ich hab gleich meinen ersten Studiotermin. Was? Aber das ist ja großartig, oder, Thomas? Hey, Papa, ich hätte mir wirklich ein bisschen mehr Begeisterung von dir erwartet. Immerhin glaube ich fest daran, dass es jetzt bergauf geht. Es reicht! Ich kann dieses Theater nicht mehr ertragen! Jetzt hörst du immer auf, das Opfer zu sein und stellst dich in Tatsachen. So geht's doch nicht weiter. So geht's doch nicht weiter. Marlene, ich bitte dich. Geh zur Polizei und zeig dieses Arschloch an! Ich hoffe nur, dass Marlene sich nicht zu viel zumutet. Sie ist zwar süß, aber nicht aus Zucker. Im Ernst, wieso machst du dir Sorgen? Bei ihrer Launhaftigkeit in den letzten Wochen? Jetzt da ins Tonstudio und auf die Bühne? Na, vielleicht hast du recht und ich will das nur nicht wahrhaben. Muss ich das jetzt verstehen? Es war mein Fehler. Ich hätte mich niemals auf Marlenes Anmacher einlassen dürfen. Dann geht mir immer wieder schön daran, hinnert zu werden. Ja, das meine ich ja. Wenn ich ihr nicht nachgegeben hätte, dann hätte sie jetzt kein schlechtes Gewissen. Ich wette, das macht ihr zu schaffen. Sie weiß nicht, wie sie mit dir umgehen soll. Und jetzt schwankt sie zwischen Trotz und schlechtem Gewissen. Wie kannst du eigentlich morgens in den Spiegel gucken und nicht kotzen, hä? Willst du mich jetzt schon wieder belästigen? Belästigung ist aber ja dein Spezialgebiet. Dein Vater haut mir eine rein? Du trittst mir vor versammelter Mannschaft im No Limits in die Eier? Weißt du was? Beim nächsten Mal schneide ich sie dir ab, damit du nie wieder... Warte, ist jetzt völlig durch? Noch ein Ausrutscher und du hast ganz schnell eine Anzeige wegen Körperverletzung am Hals. Vorsicht! Ganz dünnes Eis. Was ist denn dein Problem? Das fragst du besser deinen Freund hier. Die ist doch total irre. Ich zieh mich um. Papa hat das nicht so gemeint. Unsere Nerven liegen nur alle etwas blank. Ich habe jedes einzelne Wort so gemeint. Jetzt hörst du mal auf, die Sache hier schön zu reden. Sieh den Tatsachen mal ins Auge. Unsere Tochter ist Opfer einer Straftat geworden. Und das Arschloch läuft weiterhin frei herum, weil sie ihn nicht anzeigt. Und ihr alle unterstützt sie dabei. Papa, sag mal, spinnst du? Nee, tu ich nicht. Wir vertuschen ihr eine Straftat. Ist euch das eigentlich klar? Und sorgen dafür, dass dieses Arschloch weiterhin frei herumläuft und tun und machen kann, was er will. Das macht mich krank. Es geht dir aber nicht um dich, sondern um deine Tochter. Ganz genau. Und ich kann nicht mit ansehen, wie sie leidet. Marlene muss den Zeitpunkt aber selbst bestimmen. Selbstbestimmen? Ich kann diesen Scheiß nicht mal mit anhören. Diese weichgespülten Öko-Tatten vom Beratungsinstitut, die haben euch offenbar das Hirn komplett vernebelt. Rheinsberg läuft weiterhin frei herum und fühlt sich sicher, weil sich meine Tochter von ihm einschüchtern lässt. Dabei gehört er in den Knast. Wenn Marlene so weit ist, dann wird sie handeln. Es ist ihre Entscheidung. Dass ausgerechnet du das sagst, wundert mich nicht. Verschweigen ist ja dein Spezialgebiet. Oh, jetzt hör endlich auf, Marlene so unter Druck zu setzen. Sie braucht deine Unterstützung, also steck dir deine Vorwürfe sonst wohin. Ich will nicht, dass meine Tochter vor die Hunde geht. Meine Kinder sind keine Opfer. So habe ich euch nicht erzogen. Und in Wahrheit denkst du genau das Gleiche. Du bist nur viel zu feige, das zuzugeben, weil du Angst hast, dass du es dir mit deiner zweiten Tochter auch noch verscherzt. Hey. Ähm, könntest du mich später vielleicht vom Turnstudio aufholen? Dann, dann könnten wir noch was trinken gehen. Ja. Cool, ähm, ich weiß noch nicht, wie lange die Aufnahmen dauern. Das heißt, am besten, ich ruf dich dann einfach an. Ja? Gut. Tschüss. Marlene. Nee, keine Zeit, ich muss echt los. Warte. Warte doch, Marlene. Hey, Mann. Danke, dass du deine Freundin zurückgehalten hast. Spar dir das, Gesaia. Ich weiß, was für ein mieses Schwein du bist. Jetzt bleib mal locker. Oh, Marlene erzählt hier irgendwelche Lügen über mich und du glaubst das sofort? Du hast doch genau gesehen, dass Marlene mich angemacht hat. Du hast Marlene vergewaltigt. Wenn das wirklich stimmt. Warum hat sie mich dann schon längst angezeigt? Alles, was in dieser Nacht passiert ist, wollten wir beide. Hey. Mann. Marlene hasst dich doch nur dafür, dass sie Tristan betrogen hat. Und anstatt das zuzugeben, hängt sie mich hin. Das kann mich meine Karriere kosten. Ich sollte dir hier und jetzt so lange die Fresse polieren, bis du in der Dummverahnung davon bekommst, wie Marlene sich fühlt. Marlene kann ihre Lügengeschichte mit nichts untermauern. Aber wenn du jetzt zuschlägst, dann schaffst du Beweise. Und diesmal gehe ich zur Polizei. So close, but forever unreachable. Ah, 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 ah. Mm, 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 mm. Danke, das war sehr gut. Na, zum Glück ist das Studio schallisoliert, sonst hätte man da einen Jubel bis ans Ende der Straße gehört. Das war mein voller Ernst, das war... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber... Du musst ja jetzt keinen abbrechen, okay? Deine Stimme hat sich verändert. Sie wirkt kontrollierter, so als ob du den Zuschauer nicht ganz an dich herinnern lassen willst. Tatsache. Ja, das ist es wohl, du bist verschlossener. Aber dadurch machst du Lily Rose zu einem Mysterium und das gefällt mir. Brauchst du eine Pause? Alles okay? Entschuldigung. Ich bin ein bisschen erschrocken. Schon okay? Ich habe ja kapiert, dass inzwischen jeder Mann interessanter ist als ich. Also, wenn du eine Pause brauchst, dann... Ich bin okay, danke. Bist du sicher? Absolut, ja. So, und jetzt lass uns keine wertvolle Zeit mehr verschwenden. Welches Lied denn als nächstes? Mein Handy liegt noch im Sportraum. Ein Augenblick, Herr Reinsberg. Ich schaue sofort nach. Ich muss Marlene im Tonstudio abholen. Bei dem, was sich bei euch zu Hause abspielt, sollte sie besser nicht alleine sein. Hat's mein Vater mal hören sollen. Gut, in dem Punkt hat er recht. Sie muss den Kerl anzeigen, sonst kommt sie nie darüber hinweg. Aber ganz allein Marlene bestimmt den Zeitpunkt. Kann ich vielleicht nochmal mit dir reden? Auf gar keinen Fall. Ich muss dir ihr versprechen, dass ich niemandem davon erzähle. Wenn sie jetzt erfährt, dass ausgerechnet... Dana, deine Schwester ist vergewaltigt worden. Es ist nur normal, dass du jemanden brauchst, mit dem du darüber reden kannst. Trotzdem! Versprich mir, dass du es ihr nicht sagst. Niemand darf das wissen, hörst du? Niemand. Versprochen. Versprochen. Mensch, Dana, wo bleibst du denn? Die Frage kann ich leider nicht beantworten. Alexander. Ich musste dich einfach anrufen, weil... Marlene, du verdrehst die Tatsache. Alle haben gesehen, wie du mich an dem Abend angeflirtet hast. Du hast dich auf den Kuss eingelassen. Du bist mit mir im Bett gelandet, weil du das auch wolltest. Nein, ich... Ich wollte es zuerst, aber dann doch nicht mehr. Das habe ich anders in Erinnerung. Was willst du von mir? Bitte, Marlene. Du musst aufhören, diese Lügen über mich zu verbreiten. Meine Karriere steht hier auf dem Spiel. Wenn diese Gerüchte die Runde machen, bin ich erledigt. Deine Schwester und dein Vater sind schon auf mich losgegangen. Und Hagen hätte mich auch fast erwürgt. Hagen? Aber wieso weiß er? Ich nehme an, Dana hat mit ihm darüber geredet. Marlene! Hey, was ist los? Ist das wahr? Hast du... Hast du Hagen davon erzählt? Ich habe Hagen wirklich nichts gesagt. Das musst du mir glauben. Er ist von selbst darauf gekommen. Wie? Er hat gemerkt, wie sehr du dich verändert hast seit dem Abend. Und ich auch. Und... Er hat es geglaubt? Was? Ja, natürlich. Deshalb wolltest du nicht, dass irgendjemand etwas erfährt? Aber du dachtest, dass dir niemand glaubt? Dass Hagen und Triss an dir nicht glauben würden? Es ist nicht deine Schuld. Und das darfst du auch niemals denken. Aber er hat doch recht. Ich habe mit ihm geflirtet. Ich habe mich ihm an den Hals geworfen. Ihn abgeschleppt. Marlene! Ich habe mit ihm Champagner getrunken. Und ich habe ihn dazu ermutigt, mit mir noch auf sein Hotelzimmer zu gehen. Ich habe ihn geküsst, mich von ihm ausziehen lassen. Und ich habe die ganze Zeit nichts gesagt, weil ich es wollte. Gott. Marlene, hat er dir das alles eingeredet? Er hat dich angerufen, oder? Aber es stimmt doch. Nein! Glaubst du das wirklich? Dass du schuld bist, dass diese Drecksau dich vergewaltigt hat? Und die Weihnachtsfrau da? Ist die auch schuld, wenn ihr sowas passiert, nur weil sie ein kurzes Sösschen trägt? Nein, natürlich nicht. Eben. Niemand hat das Recht, einem anderen Menschen so etwas anzutun. Marlene, du hast Nein gesagt. Aber wir waren in seinem Zimmer, haben auf dem Bett gesessen. Wir haben uns geküsst. Ja, und wenn ihr schon mittendrin seid. Jeder hat immer das Recht, Nein zu sagen. Du hast eine Grenze gesetzt und er hat sie überschritten. Er ist schuld. Er ganz allein. Er ist schuld.